Glück auf Schalker und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Auf der Suche nach neuen Spielern für unseren Kader, um in der Rückrunde bestehen zu können, haben ja auch schon einige Experten oder auch Fans immer mal wieder den Namen Max Kruse in den Mund genommen. Denn der ist ja aktuell auf dem Markt, ist ablösefrei zu haben, nachdem sein Vertrag in Wolfsburg aufgelöst wurde. Wir alle kennen natürlich Max Kruse, wissen was er kann, was er vielleicht auch an Negatives so ein bisschen mit sich schleppt und dass er eben vor allen Dingen aber auch fußballerisch natürlich schon noch Mannschaften weiterhelfen kann. Das am liebsten als hängende Spitze. Und Thomas Reis wurde deswegen auch heute mal in der Medienrunde gefragt, wie es denn aussieht. Ist Max Kruse ein Kandidat für uns, wird er verpflichtet? Und da hat Thomas Reis mal ein bisschen was erzählt. Max Kruse ist eher unwahrscheinlich, aber trotzdem ist es ein anderer Spielertyp. Und wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen Tempo reinbekommen. Und da jetzt jemanden dazuzunehmen, der mit Sicherheit eine gute Qualität hat, aber vielleicht nicht den Spielstil, den wir pflegen, komplett verinnerlichen kann, weil er nicht so die Dynamik hat, wenn ich das so beurteilen darf als Außenstehender, ist es im Moment kein Thema für Schalke. Das hat Thomas Reis mal ein bisschen ausgeführt und ich denke mal, das kann man auch vollkommen nachvollziehen. Unabhängig jetzt davon, was Max Kruse als Typ positiv oder negativ mitbringen würde, macht es halt auch wirklich sportlich keinen wirklichen Sinn. Auf seiner Position sind wir zum einen relativ gut aufgestellt mit Molay, Salazar und Drexler. Und zum anderen, wie auch schon Reis sagt, hat er eben nicht diese Mega-Geschwindigkeit, die er für seinen Spiel auch nicht braucht, für uns das aber wiederum notwendig ist. Was Reis aber auch damit nochmal, finde ich, klar gemacht hat, wenn man im Sturm oder auf der Spitze des engen Spielers dahinter eben nochmal nachlegen könnte, dann würde man das auch machen, aber eben auch mit einem Spielertyp, der dort Sinn macht. Max Kruse macht da am Ende einfach keinen Sinn. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.